fluch vor den quests ich hab doch hier auch quests mann ich weiß halt gerade echt nicht was mich dann hier erwartet aber ich finde es gerade äußerst interessant einfach also katze was kann ich für euch tun katze der los alles hat der lani Achtung. Es scheint, die Allianzköter haben unsere Pferde verloren. Gut, gut. Unsere Reise ist schon bald vorbei. Ich hoffe, Sylvanas Vertrauen wird nicht enttäuscht. Sie wirkt echt ziemlich machtvoll. Souverän. Immer Herr in der Lage. Es ist eine Ehre, meiner Königin zu dienen. Meine Prinzessin ist auch willensstark und von sich überzeugt. Unser König hat mit ihr immer so seine Schwierigkeiten. Oh mächtiger Rezan, ich wusste, ihr kommt, wenn ich Rat erflehe. Sprecht und ich erhöhe euch. Ich bringe uns Hilfe von der Horde. Aber mein Vater würde mein Handeln sicher verurteilen. Leitet mich. Ihr seid der Loa, der Könige und Königinnen. Meine Augen sehen viel. Sie sehen eure Kühnheit, eure Macht und Feinde, die beides fürchten. Und die, die nach eurem Untergang trachten, sind hier. Wir brauchen Deckung. Kurs auf die Nebelbank. Die Sägel. Wir haben kein Wind. Wir laufen voll Wasser. Wir laufen voll Wasser. Jetzt haben wir das Ganze auch mal richtig gesehen. Und nicht nur mit diesem kleinen Rückband, sondern es haben wir es richtig gesehen. Das ist ziemlich gut. Finde ich okay. Braucht ihr etwas? So, die Frage ist nur jetzt, ähm... Also ich möchte hier jetzt eigentlich nicht weitermachen, weil wir haben ja drüben das Gebiet. Und deswegen... Wie geht's? Ach, würde ich eigentlich schon gerne wieder zurück, ne? Man sieht sie. Die Frage ist, wie komme ich zurück? Das ist natürlich jetzt ein bisschen tof. Schön, euch zu sehen. Grüße. Willkommen. Mögen eure Reisen sicher sein. Die Quest ist da halt voll im PvP-Gebiet, glaube ich, dann kann das sein. Also hier bist du halt richtig da drinnen, weil ja beides ist ja auch das Gebiet von denen. Und genau so sind sie wahrscheinlich rübergekommen. Das ist natürlich interessant. Oder so. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, ich... Das ist alles gut, aber ich... Ich will eigentlich in mein Gebiet wieder und nicht hier leveln. Sorry, aber... Gehen wir jetzt mal nach Sturmwind halt zurück. Weil ich würde halt schon gerne wieder dahin, wo ich auch weit angefangen habe. Da kann man dann immer noch hingehen. Und erst mal das andere fertig machen. Das ist ja echt. Gehen wir mal nach Sturmwind zurück und... Da müssen wir wahrscheinlich mit dem Schiff wieder darüber. Ich hoffe es. Wenn nicht, dann habe ich jetzt ein Problem. Oh, Katze! Vollige Katze. Schlimm. Aber ich denke mal, wir kommen da vorne mit dem Schiff da drüber. Mal ganz feste, barulianische Tumka, mal... Wenn es per Teleport ist oder sowas. Ich denke, dass... Ich hoffe es zumindest. Ist wirklich... Allerdings sieht es nicht gut. Das sieht nicht so gut aus. Oh, Katze, ey. Mein Gott. Im Himmel. Das sieht ja gar nicht so gut aus. Oh, Katze. Das sieht ja gar nicht so gut aus. Oh, Katze. Oh, Katze. Oh, oh. Gleich im Mage-Turm. Weil die haben ja auch Portale gemacht. Gehen wir mal an den Mage-Turm. Oh, ich hoffe es will. So, verwüstete Lande. Das ist klar. Da ist nix. Oh, bitte lass hier irgendwo ein Portal sein. Bola, Boralus. Okay, alles klar. Gut. Oh, Gott. Dann ist alles gut. Hui, ui, ui. Können wir uns das auch merken, wenn wir in Sturm mit sind. Wir kommen dann... ...da auch wieder hin. Alles klar. Katze, Katze. Boru, Fähre zum Sturm, Gabel, Bla, Besuch. Ein Bündel Fälle. So, wir stoppen uns jetzt die Fähre direkt. Hier ist... ...verlässig. Habt ihr was Antikes zum Tauschen? Ne, hab ich nicht. Oh, hallo. Moin, Moin. Moin, Moin. Ruhig gesehen. Ich wünschte, ihr könntet die Flotte sehen. Ich glaube, selbst jemand, der so viel gesehen hat wie ihr, wäre erstaunt. An Bord unserer größten Schiffe ist immer ein Gezeitenweiser, um durch Sturm und raue See zu navigieren und die Segel zu füllen. Derzeit scheint keiner zu wissen, warum die Flotte noch nicht zurück ist. Man sagt, die Gezeitenweisen hätten ihre Magie verloren, aber ich glaube, das sind nur Ränkespiele wie bei Aschenwink. So oder so brauchen wir die Hilfe der Gezeitenweisen. Jetzt. Mehr als je zuvor. Nicht nur um die Flotte heimzuholen, sondern um Kultiras zu heilen. Von der Infektion, wie Carsten sagen würde. Was kann ich tun? Haltet den Kuss. So, nun einen leckeren Kaffee. Oh ja. Kaffee wäre halt jetzt auch mal was. Ihr dort, wer hat hier das Sagen? Wir garantieren eurem Schiff sicheres Geleit, wenn der Preis stimmt. Wer die See achtet, ist mir willkommen. Ihr seid beinahe so hinausstehlich wie Bruder Ahlens. Also, ist das jetzt ein Nein? Ja. Es ist ein Nein. Ah, da oben waren wir, jetzt sind wir in dem Gebiet. Das heißt im Endeffekt, wir kämpfen jetzt gegen unseres, unser Gleiches sozusagen. Also, die gehören ja, denke ich zumindest, mehr oder weniger mit zur Fraktion. Strengt euch an, ihr Dummköpfe, bevor wir die Kontrolle verlieren. Wir werden diesem Sturm verschwinden ins Archiv zu allem. Diesen Narren. Sonst stabilisiere ich den Riss mit euch. Was willst du von mir? Was stimmt hier? Ja, ja, komm. Ihr flüstern wird Wahrheit. Wieso geht ihr nicht an auf die Nerven, wenn ihr die Rolle Zeit verschwinden wollt? Wenn ihr euch so anstellt, machen wir vielleicht genau das. Ich habe immer von Abenteuern geträumt. Die Gezeitenweisen verfügen über eine der vollständigsten Bibliotheken auf der ganzen Welt. Ich wette, wir werden unseren Archivar dort finden. Keine Verzögerungen. Lord Sturmsank braucht diese Karten sofort am Schreien des Sturms. Fürchtet, was ihm folgt mir und senkt euren Blick. Nö. Na, lauf. Ich schleiche es sogar für dich. Fremde sind im Archiv nicht zugelassen, Bruder. Zurück an eure Arbeit. Die gehören zu mir. Sie gehört, wir gehören zu ihm. Keine Besucher. Ich habe Gäste. Ja, Bruder. Bruder. Ihr habt keine Ahnung, in welcher Gefahr ihr euch hier befindet. Was meint ihr mit Gefahr? Die Flotte wird nicht vermisst. Sie wird in einem unnatürlichen Sturm gefangen gehalten. Ketzer. Ihr werdet euch nicht einmischen. Was? Was muss ich jetzt einmischen? Also, wir sollen uns nicht einmischen, aber sie mischen sich jetzt in ein Gespräch ein? Hä? Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Hier. Volle Power. Hier. Zack. Und weg mit dir. Ich habe nur Befehle. Ja, ja, kommt, aber nicht. Ihr wollt, sind es euch gut? Ich hätte wissen müssen, dass Watt dem Schatten nicht gewachsen ist, der auf Haus Sturmsang lastet. Unser Volk wandelt auf dunklen Pfaden. Doch es gibt einige unter uns, die die Saat des Widerstands gesät haben. Okay. Sucht Bruder Pieke in Brennertam auf. Gebt ihm diesen Anleger. Endlich passiert mal was. Unsere Arbeit steht erst am Anfang. Wir werden euch das nie vergessen. Jetzt verschwindet. Ich rufe Sturmherz herbei. Die anderen haben eure Bemühungen mit Sicherheit bemerkt. Okay, jetzt. Hä, da hoch oder was? Hallo, ich stürme jetzt. Digga, was geht? Ich fürchte, Kultiras wird der Allianz keine große Hilfe sein, solange die Flotte nicht heimgekehrt ist. Wir müssen Haus Sturmsang zuerst wieder auf unsere Seite bringen. Sie kontrollieren die Gezeitenweisen und die Gezeitenweisen die Flotte. Lord Sturmsang herrscht über das Haus und damit über das Tal. Er scheint der Schlüssel zu all dem zu sein. Nur war er schon lange nicht mehr in Boralus. Wir beginnen unsere Suche in Brennertam. Hoffentlich machen wir dort zumindest diesen Bruder Pieke aus, finde ich. Okay. Was ist da unten los? Sturmherz, bring uns dorthin. Was ist hier los? Gemeinsam können wir Kultiras vereinen. Ich finde heraus, warum die Straße gesperrt ist. Bringt ihr die Soldaten dazu, den Weg freizumachen? Ja, dann labert ihr mal. Mal halt mal direkt drauf hier, egal. Ach, lass mich in Ruhe. wir können jetzt hier noch weiter von mir aus ja sag ich ja muss halt nicht sein moin moin dort sieht was das hat nicht so gut aus aber immer noch gepackt war ich habe es euch auch leicht gemacht straß ist frei oder ein wir haben sie schon okay hallo bin wieder da größe wir schaffen das dieser pass ist der einzige landweg ins tal aus sturm sang führt etwas im schilde ist das tal nicht majestätisch kein wunder das so ist neben boralus das größte handelszentrum in kultiras wir müssen zu bruder pieke hoffentlich kann er uns helfen die flotte heimzuholen so wieder zehn kapitel ist nur eine frage der zeit brenner dann liegt leichter dem gebiet sieben kapitel da gibt es einmal also einmal zehn aber acht und einmal sieben kapitel die milizio sind sorgen nicht mehr auf patrouillier wie ist die lage unsere ernte stehlen lebt wohl sobald ihr sie auf euch aufmerksam gemacht habt schicke ich sie weg wir verlangen antworten pieke versammlung auflösen bürger sofort oh ja ihr werdet uns sicher retten bleibt uns in dem tor fern das willst du hört auf ich will doch nur dass meine familie wieder sicher ist was geht hier vor bruder wenn ich das nur wüsste ja pieke pieke benötigt ihr mich behalte immer das mehr im auge die seemannsrinne ist nicht weit von hier kommt und was werden wir dort finden ein meiner brüder und antworten hoffe ich haus sturm sang hat sich verändert nachdem die flotte nicht kärte ist ihr wo die flotte ist wenn ich die weiten ich dachte hier kommt gerade irgendwie eine propeller maschine an ein dunkler storm das war ein bisschen aufpassen wir sind jetzt wieder mitten im feindgebiet könnte also wieder ein bisschen kritisch werden die tiefen sprachen von eurem kommen fürchtet nicht den versuch teuer dafür habe ich mein leben lang trainiert werde man im bau da die letzte ehre erweisen alles klar das ist so erst mal hier so so komischen schritt ab würde ich sind völlig enter ich habe meine hände sind immer willkommen arbeiter erfrischt arbeiter erfrischt ach so hier ihr seid nicht von hier oder drei von acht nein ich bin nicht von hier kinder der see heute erleben wir den anbruch einer neuen ära für uns alle haus sturm sang muss die kontrolle über dieses gespaltene land übernehmen und ihm zu altem rum verhelfen zwei von drei nie wieder werden wir unsere felder bestellen und schiffe bauen für die elite von boralus die uns nicht einmal dankt wir müssen unsere kräfte vereinen kultiras wird für immer dem volk gehören mit der macht des meeres werden uns die gezeiten weisen zum sieg führen gemeinsam werden wir in die fluten zurückkehren gemeinsam werden wir wieder mächtig sein fernter außer kontrolle was geschafft eine nasse tiefe triebfeder früher war alles auch noch erfrischen bitte jetzt habe ich das klärchen ein kräuter ich sorge dafür dass ihr anständig bestattet werdet diese aufgabe hinter uns bringen diese arbeiter bleiben sie bitte mal kurz erstellen lassen sich mal ganz kurz hier mit ihnen arbeit zu sehen asche zu asche flut zu flut da müsst ihr auch so schon das wird auch 19 Das wird der Dolce Kriege ich die auch noch? Oh, tatsache. Ebbe und Flut, vernehmt die Klagen dieses Geistes. Übel, übel, übel. Weg damit! Fragt nicht für wen der Leuchtraum strahlt. Er strahlt für euch. Er strahlt für uns. Er strahlt für uns. Er strahlt für uns. Auf der Atme? gut ihr das aus ihrer sterblichen ja komm 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 ich noch noch zwei stück meine knochen ist das jetzt der letzte seinlich von hasch nein hat nicht geklappt einmal zu dem schnappen uns den wahrscheinlich schon zu spät gewesen sein oder er hat halt schon gebimmelt so zwölf haben diese verloren sehen nicht länger umher lassen ich muss mit euch sprechen mit mir muss sie jetzt gerade aber nicht sprechen weil ich jetzt erst mal gerade ganz kurz andere dinge tun wobei ich mir mal ganz kurz hier noch aufräumen oder heißen er hat sie nie ich lasse ich bluten aufmüffige made voll ab dass der a war geteilt ich weiß da war ist kein problem das ist zu wandel noch muss ich da aufs schiff kann das sein unsere herren unter dem haus sturm sagen wird dieses was du regieren wirst du wirst nichts regieren vielleicht auch doch nicht nieder könig ich halte dafür werde ich uns verteilen lassen Dann lass mich mal vier teilen dafür So, die Tama Da ist irgendwo halt ne Kiste, ne? Ist da irgendwo rein? Hier ist ja was rum, hallo, hopp Da, ok Ach, die haben, ach so, ja gut, hab mich vorhin nämlich schon gewundert, warum der mich seht Mit dem Hund, natürlich, verständlich Haus Sturmsang wird dieses Land regieren Kniet nieder vor eurer Königin, Bauern Trampel Ok, da ist jetzt die noch Klinge, was auch immer das ist, sieht's aus wie die Klinge Ist auch wieder da, ja? Gut, die Klinge ist noch scharf Eine scharfe Klinge ist eine sichere Klinge Ja, hier hast du schon mal Ich werde das Ritual vorbereiten, um diese Seelen zu befreien Mach das Das trifft mich am Ufer, nördlich von hier Ja, ja Ach, die Frit, das ist was ganz anderes Ja, ok, war wieder Alles klar Kommando zurück Wir wissen weiter Ich muss näher ran Wir kümmern uns um die normalen Sachen weiter Das System Neustart erforderlich Ja, dann probier das mal Mein Herz schlägt für das Tal Passt auf euch auf da draußen Ich bin ein bisschen Ich bin ein bisschen Ja, dann probier das Wurden Ich kann euch auf die Klinge sehen, wie wir die Klinge